Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Halloween Review. Diesmal mit Halloween 6, der Flucht des Michael Myers. Mal gucken, wie viele Titel es noch gibt, wo man irgendwie was mit Michael Myers reinbringt. Der freie Tag von Michael Myers oder so. Der sechste Teil. Wie schon im Vorgängerfilm erwähnt, kam der wirklich eine ganze Zeit nach Halloween 5 heraus. Woran es gelegen hat, weiß ich persönlich nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Wer es weiß, kann es mir gerne schreiben. Ich könnte es auch nachlesen, aber nö. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass er in Deutschland nicht, aber in Amerika ist er ins Kino gekommen. Und das ist echt witzig. Und er ist zur selben Zeit ins Kino gekommen, oder halt kurz nach dem 7, also der von David Fincher, mit Brad Pitt und Morgan Freeman im Kino war. Und er hat es tatsächlich geschafft, 7 von der Spitze der Kinocharts abzulösen. Was natürlich jetzt in dem Sinne nicht schwer war, weil 7 schon irgendwie eine Weile drin war. Und die Leute einfach jetzt alle haben den Film genug gesehen. Und ja, dann irgendwann fällt er halt runter und dann kommt halt ein neuer. Und das war eben dieser hier, witzigerweise. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie damals in der Videothek haben sie extra damit geworben, der Film, der es geschafft hat, 7 von der Kino-Top-Liste zu löschen oder so. Wo ich gesagt habe, na ja, hm. Wie schon erwähnt, also irgendeiner wäre es ja nun mal gewesen. Der war nur in der Zeit da, aber es war ja nun nicht so, dass das 7 gestartet ist und der kam quasi einen Tag später und sofort plopp, war 7 weg oder so. Ganz so schlimm ist es nicht. Er hatte halt einfach da irgendwie seine eine Woche, wo er an der Spitze stand. Okay, worum geht's? Er schließt wieder am Vorgängerfilm an, also an Teil 5. Der da schon erwähnte Schwarze Mann entführt, sozusagen Michael Myers und die kleine Jamie. Und der macht halt auch diesen Zeitsprung sozusagen mit. Und Jamie, die er da, weiß ich nicht, 10 oder so war, ist inzwischen, na ja, sagen wir mal vielleicht nicht erwachsen, aber zumindest alt genug, um Nachwuchs zu empfangen. Und die sind jetzt beide, also dieser schwarze Mann ist irgendwie so ein Führer von so einem Kult, von so einer komischen Sekte und die irgendwie Michael Myers anbeten, beziehungsweise sein Werk anbeten. Und ja, irgendwie zeugt dabei, das wird jetzt nicht gezeigt, aber es wird halt so angedeutet, Michael Myers mit Jamie ein Kind. Ja, also quasi der Onkel mit seiner Nichte. Und sie bringt halt das Kind zur Welt. Und dann gibt's da ein Mitglied dieser Sekte, eine Frau, die verhilft ihr zur Flucht und sagt, hau bloß ab von hier und so. Sonst ist alles ganz schlimm. Wird natürlich dann von Michael Myers dafür getötet. In einer sehr coolen Szene, muss ich sagen. Also, so an der Wand, da ist so ein Piekser irgendwie nach vorne, so ein, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein langes Ding, Metall, und der drückt sie halt einfach mit dem Kopf gegen. Ist echt witzig gemacht. Sorry, wenn ich da ein bisschen eine dunkle Seite aufbache, aber ich fand die Szene immer sehr lustig. Oder nicht lustig, sondern irgendwie gut gefilmt. Also, war irgendwie gut gemacht. Und ja, sie haut dann halt ab mit dem Kind und versucht das halt irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und, äh, aber natürlich findet Michael sie, weil sie irgendwie rennt und mit dem Wagen wegfährt. Und Michael, der bewegt sich ja immer bloß so im Schneckentempo, aber ist trotzdem sofort wieder hinter ihr. Und schafft es zwar, sie zu töten, aber das Kind findet er nicht. Also, sie hat's halt irgendwie noch versteckt. Und das findet, weil er sich auch ein bisschen damit beschäftigt, der junge Paul Rudd, ja, also, der heute ein relativ bekannter Schauspieler ist, hat, glaube ich, hier so seine erste Rolle gehabt. Oder zumindest eine ganz, ganz frühe Folge. Äh, ja, ganz, ganz frühe Stelle. Nee, wie sagt man? Rolle, ja, Rolle. Sorry. Und, und, der findet halt dieses Kind und weiß halt sofort, ah, okay, es ist das Kind von Michael Myers und wird halt sein neues Ziel sein und wir müssen es beschützen und überhaupt. Und gleichzeitig ähm, sind in dem alten Haus von Michael Myers sind, äh, sozusagen die, die nachfahren, wie sagt man, nachkommen? Nee, auch nicht. Ist die Familie von Laurie Strode, also von dem Charakter, den Jamie Lee Curtis gespielt hat, im ersten Teil, ähm, die sind in dieses alte Myers Haus eingezogen. Es, äh, stellte sich ja heraus, dass sie niemals ihre Tochter war, sondern sie war bloß adoptiert. Naja, und, äh, die haben auch ein Kind, beziehungsweise, äh, es ist sozusagen der Enkelsohn und, und der hat so, na, nicht Visionen, aber immer so, so Albträume und träumt halt irgendwie von, 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 nenn ich direkt von Michael Myers, aber auch so ein bisschen von so einer schwarzen Gestalt und dass er, äh, quasi in seine Fußstapfen treten soll und für ihn töten soll und so. Äh, ist alles ein bisschen verrückt. Und, und das alles kommt nun zusammen und, wie gesagt, ist das mit diesem, mit diesem schwarzen Mann Kult und, und Michael Myers, der natürlich dann wieder, äh, nach Hattenfield kommt, natürlich auch wieder passend, genau zu Halloween, logischerweise. Und, und sich da auch wieder durch die Gegend meuchelt und, ähm, da muss dieses Kind beschützt werden und, 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 äh, passiert eine ganze Menge. Klingt jetzt erstmal sehr viel, ist für den Film selbst relativ logisch miteinander verwoben. Ne, also relativ natürlich immer im Sinne von, wie logisch ist sowas im wahren Leben, aber, äh, für die Logik des Films passt es halt alles. Und, ähm, der Film hat leider eine nicht ganz so schöne Synchro, aber gemacht ist er eigentlich ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt er, der Gore-Faktor wurde nochmal so ein bisschen hochgesetzt. Und was sehr interessant ist an diesem Film, dass, äh, es gibt zwei Schnittfassungen. Das jetzt hier ist die, ist die normale Kino-Fassung, äh, ne, also der Film, der sieben, äh, von der Spitze der Kino-Charts verdrängt hat. Das ist das hier. Und es gibt noch den sogenannten Producers-Cut. Der ist, äh, vor ein paar Jahren, ähm, in Amerika auch auf Blu-ray erschienen. Und da ist quasi das Komplett, also nicht das Komplette, aber so sozusagen das letzte Drittel ist schon recht anders. Also, er endet nicht komplett anders, aber er geht schon andere Wege und, und zeigt da unterschiedliche Sachen nochmal. Und das ist wirklich sehr interessant. Also, so beide Fassungen haben irgendwie so ihren Reiz. Und, ähm, naja. Ich muss sagen, ich finde den wiederum ziemlich gut. Das ist kein, kein Meisterwerk. Und definitiv jetzt nicht der, der Zweitbeste oder so der Reihe. So schwierig das jetzt zu sagen. Das wäre so der Zweitbeste. Aber, ähm, es ist gute Slasher-Unterhaltung. Wie gesagt, hat, äh, einen ziemlich hohen Gore-Faktor. Aber, ja, es ist, würde ich sagen, nicht zum, nicht zum Selbstzweck, also nur im Gore zu zeigen, sondern, es passt schon irgendwie rein. So, ne? Klar, Carpenter hat es anders konzipiert und anders gemacht. Aber, ja, herrgott, ne? So, so, ich glaube, von gruseligen Filmen, da hat man einfach genug. Also, die Leute, die Sehgewohnheiten, wie man so schön sagt, haben sich geändert. Ja. Der Film der Sieben von der Spitze der Jarts-Vertriebe. Ich muss immer wieder darüber lachen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber, ja, okay, gut. Damit konnte man ja schon werden. Ja, ähm, ich denke, mehr brauche ich dazu jetzt auch erstmal nicht zu sagen. Ne, mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Also, es ist definitiv wieder ein guter Eintrag der Serie. Und, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht mal irgendwie beide Fassungen zu gucken. Und, ähm, ich kann nicht sagen, welche man zuerst sehen sollte. Das ist, glaube ich, relativ egal. Aber, sie sind auf jeden Fall, haben schon ihr Potenzial. Ich weiß gar nicht, ob man es schaffen könnte, sozusagen beide Fassungen zusammenzuarbeiten. Na, das wird schwierig. Ich glaube, da sind dann doch ein paar unterschiedliche Wege. Ah, lassen wir das. Okay, gut. Das wäre es schon gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in zwei Tagen. Und bis dann, bleibt man wieder zusammen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao. Bis dann. Vielen Dank.